Guten Tag und willkommen zu MundoMoral.es Die im Bereich der Vermittlung, Förderung und behutsamer Kritik ihresgleichen suchten. Grundsätzlich rezensierte er keine Literatur, die ihm nach seinen Maßstäben als schlecht erschien. Wie Thomas Mann, so hat sich auch Hesse intensiv mit dem Werk Goethes auseinandergesetzt. Die Bandbreite seiner Rezensionen erstreckte sich von kleineren Erzählbänden bislang unbekannte Autoren bis hin zu philosophischen Kernwerken aus dem asiatischen Kulturkreis. Diese asiatischen Zentralwerke haben in der Gegenwart immer noch Bestand. Doch wurden sie bereits von Hesse etliche Jahrzehnte früher entdeckt und erschlossen, bevor sie in den 1970er Jahren zum literarisch-philosophischen und geistigen Allgemeingut auch der westlichen Hemisphäre wurden. Homoerotische Elemente in seinem Werk wurden in der Literaturwissenschaft verschiedentlich thematisiert. 54. Rezeption Relief am Hermann Hesse Brunnen in Kalf Hermann Hesse Skulptur Zwischen Verweilen und Aufbruch Die lebensgroße Bronzefigur wurde von dem Bildhauer Kurt Tassotti aus Mülacker geschaffen und bei der Kunstgießerei Balzer in Nifern gegossen. Anlässlich des 125. Geburtstags des Dichters wurde sie auf der Kalver Nikolausbrücke aufgestellt und am 8. Juni 2002 enthüllt. Die Figur stellt den 55-jährigen Hesse bei seinem letzten Kalf-Besuch Anfang der 1930er Jahre dar. Charakteristisch ist auch die etwas steife, sehr aufrechte und meist leicht nach rückwärts oder seitlich geneigte Haltung des Kopfes, in der eine gewisse Distanziertheit sich ausdrückt. 55. Hesses Frühwerk wurde von der zeitgenössischen Literaturkritik überwiegend positiv beurteilt. Die Hesse-Rezeption im Deutschland der beiden Weltkriege war infolge seiner antikriegs- und antinationalistischen Äußerungen stark durch die Pressekampagnen gegen den Autor geprägt. Nach beiden Weltkriegen deckte Hesse bei einem Teil der Bevölkerung, insbesondere der jeweils herangewachsenen jüngeren Generation, das Bedürfnis nach geistiger und zum Teil moralischer Neuorientierung ab. Wieder neu entdeckt, wurde er zu einem überwiegenden Teil daher erst weit nach 1945. Gut zehn Jahre, nachdem Hesse der Nobelpreis für Literatur verliehen worden war, schrieb Karl-Heinz Deschner 1957 in seiner Streitschrift Kitsch, Konvention und Kunst, Dass Hesse so vernichtend viele völlig niveaulose Verse veröffentlicht hat, ist eine bedauerliche Disziplinlosigkeit. Eine literarische Barbarei, und kam auch in Bezug auf die Prosa zu keinem günstigeren Urteil. In den folgenden Jahrzehnten schlossen sich Teile der deutschen Literaturkritik dieser Beurteilung an. Hesse wurde von manchen als Produzent epigonaler und kitschiger Literatur qualifiziert. So ähnelt die Hesse-Rezeption einer Pendelbewegung. Kaum war sie in den 1960er Jahren in Deutschland auf einem Tiefpunkt angelangt, brach unter den Jugendlichen in den USA ein, Hesse-Boom ohnegleichen aus. Der dann auch wieder nach Deutschland übergriff. Insbesondere der Steppenwolf, nachdem sich die gleichnamige Rockband benannte, wurde international zum Bestseller und Hesse zu einem der meistübersetzten und gelesenen deutschen Autoren. Weltweit wurden über 120 Millionen seiner Bücher verkauft, Stand Anfang 2007. In den 1970er Jahren veröffentlichte der Surkamp Verlag einige Tonbänder mit dem am Ende seines Lebens aus seinen Werken rezitierenden Hesse auf Sprechplatten. Schon zu Beginn seiner Laufbahn widmete sich Hesse der Autorenlesung und verarbeitete seine eigentümlichen Erlebnisse in diesem Zusammenhang in dem ungewöhnlich heiteren Text. Autorenabend Rezeption Der Hippies der Schriftsteller Ken Casey hatte Hesses mystische Erzählung Die Morgenlandfahrt, in der ein Geheimbund von Träumern, Dichtern und Fantasten nicht der Vernunft, sondern dem Herzen folgt, mit Begeisterung gelesen. In Anlehnung an die Erzählung betrachtete er sich und die Mary Pranksters als dem Geheimbund Zugehörige und den großen Bußtrip von 1964 quer durch die USA als seine Variante der Morgenlandfahrt, 56 Der deutschstämmige Musiker Joachim Fritz Krauledat alias John Kay hatte 1968 Nach der Lektüre eines Hesse-Romans, seine damalige Bluesband Sparrow neu formiert und in Kalifornien in Steppenwolf umbenannt. Santana Eine andere Rockband aus San Francisco Benannte ihr zweites und höchst erfolgreiches Album von 1970 nach einem Begriff aus dem Hesse-Romandemian, der damals in der Band zirkulierte. Carlos Santana Der Titel Abraxas stammt aus einem Buch von Hermann Hesse, das Greg, Stan und Carabello lasen. Siebenundfünfzig, die betreffende Stelle aus dem Buch ist auch auf dem Plattencover wiedergegeben. Allerdings in der englischen Übersetzung. In Kathmandu, einer Stadt am Hippie Trail, hat sich eine Hermann Hesse Gesellschaft, 58 gegründet. Hermann Hesse und die Gegenwart Kalf, Hesses Geburtsstadt im Schwarzwald. Bezeichnet sich selbst als die Hermann Hesse Stadt und nutzt dieses Attribut zugleich als Claim zur Eigenwerbung? 59. In Kalf informiert das Hermann Hesse Museum über Leben und Werk des berühmtesten. Sohnes der Stadt 60. Die Schwarzwaldbahn aus Stuttgart soll 2023 als Hermann Hesse Bahn über den derzeitigen Endpunkt weil der Stadt hinaus bis Kalf verkehren. 61. Seit 1977 findet in unregelmäßigen Mehrjährigen Abständen jeweils unter wechselndem Hauptthema das internationale Hermann Hesse Kolloquium in Kalf statt. Hierzu referieren renommierte Hesse-Fachleute aus dem In- und Ausland aus ihrem Fachgebiet über zwei bis drei Tage. Die Tagungsteilnahme steht jedem Bürger nach Anmeldung offen. Das Programm wird meist wechselnd durch Vertonungen von Gedichten, 62, Hesses, weitere musikalische Darbietungen, Tanz- und Schauspiel mit Themen zu oder aus Hesses Literatur und oder durch eine Dokumentar- oder Literaturverfilmung begleitet. Vergleichbar den Kalver Kolloquien finden seit 2000 in Sils-Maria im Schweizer Engadin in jährlichem Rhythmus die Silsa-Hesse-Tage statt. Drei bis vier Tage im Sommerhalbjahr Die Vorträge und Diskussionen stehen jeweils unter einem Schwerpunktthema. Im Gedenken an Hesse wurden drei Literaturpreise nach ihm benannt. Der seit 1957 verliehene Karlsruhe Hermann Hesse Literaturpreis Der von der Kalver Hermann Hesse Stiftung seit 1990 verliehene Kalver Hermann Hesse Preis und der seit 2017 von der Internationalen Hermann Hesse Gesellschaft in Kalf verliehene Preis der Internationalen Hermann Hesse Gesellschaft 63 Nachlass Archivalien und Editionsarchiv Hermann Hesses Nachlass wird in folgenden Bibliotheken und Archiven aufbewahrt. Deutschland Berlin Stiftung Archiv der Akademie der Künste Darmstadt Hessisches Staatsarchiv Düsseldorf Heinrich-Heine-Institut Frankfurt am Main Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg-Mabach Deutsches Literaturarchiv Mabach Archiviert den Großteil des Hesse-Nachlasses 64 Schweiz-Basel Öffentliche Bibliothek der Universität Bern Schweizerisches Literaturarchiv im Wesentlichen Briefe von und an Hesse St. Gallen Kantonsbibliothek St. Gallen Wadiene Solothurn Zentralbibliothek Solothurn Hermann Hesse Sammlung Rosa Muggliisler Kilchberg Enthält Widmungsexemplare von Büchern Privatrucke Bildmaterial und Korrespondenz Zürich ETH Bibliothek Zürich Hauptbibliothek der ETHZ Österreich-Wien Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek Hermann Hesse Sammlung Eleonore von den Hoff Das Hermann Hesse Editionsarchiv in Offenbach am Main wurde von dem Lektor und international renommierten Hesse-Herausgeber Volker Michels über mehrere Jahrzehnte aufgebaut Unter anderem mit Unterstützung des Sohnes Heiner Hesse Wenn gleich die Hesse-Bestände in den Literaturarchiven in Bern und Mabach größer sind Verfügt das Hermann Hesse Editionsarchiv über die am weitesten erschlossene und funktionell umfassendste Dokumentation zu Leben und Werk Hermann Hesses Im Deutschen Literaturarchiv Mabach sind zudem Teile des Hesse-Nachlasses im Literaturmuseum der Moderne in einer Dauerausstellung zu sehen Zum Beispiel liegen dort die Manuskripte bzw. Typoskripte zu dem Jan, der Steppenwolf, Narzis und Goldmund und Gertrud Im Nachlass Hesses findet sich auch das unveröffentlichte Von ihm 1915 geschriebene Opernlibretto Romeo für seinen Freund Volkmar Andree Das auf der Übertragung des Shakespeare-Dramas Romeo und Julia durch Schlegel beruht 38 Auszeichnungen und Ehrungen Hermann Hesse Literarisches Werk wurde mit einer Reihe von literarischen Auszeichnungen Internationalen Preisen und einem Ehrendoktortitel gewürdigt 1904 Bauernfeldpreis 65 1928 Maestrick-Preis der Wiener Schiller Stiftung 1936 Gottfried Kellerpreis 1946 Goethe-Preis der Stadt Frankfurt am Main 1946 Nobelpreis für Literatur für sein Gesamtwerk 1947 Ehrendoktor der Universität Bern 1947 Ernennung zum Ehrenbürger seiner Heimatstadt Kalf 1950 Wilhelm Rabe-Preis 1954 Poulet-Ärriete für Wissenschaften und Künste 1955 Friedenspreis des Deutschen Buchhandels für seine Werke und Rezensionen während der NS-Zeit 66 1962 Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Collinadoro, in der Hesses langjähriger Wohnort Montagnola liegt Am 1. Juli 1962 wenige Wochen vor seinem Tod die Stadt Kalf In der sich auch das Hermann-Hesse-Museum befindet, benannte ihr Gymnasium und einen Platz in der Fußgängerzone nach ihm Auch die Bahnstrecke nach Weil der Stadt soll nach ihrer geplanten Reaktivierung Hermann-Hesse-Bahn heißen 67 In Hermann-Hesses Roman unterm Rad gibt es mehrere Textstellen mit Bezug auf die alte Bahnstrecke Zudem gibt es einen Hermann-Hesse-Platz in Bad Mingolsheim sowie viele nach ihm benannte Straßen im ganzen Bundesgebiet Auch mehrere Schulen wurden nach ihm benannt 2021 benannte die Stadt Basel einen bislang namenlosen Platz in Hermann-Hesse-Platz um Er befindet sich in unmittelbarer Nähe des Kleinbasler Hotels Kraft Wo Hesse den Roman »Der Steppenwolf« schrieb 68 Am 8. Dezember 1998 wurde der Asteroid 9762 Hermann-Hesse nach ihm benannt Anlässlich seines 125 Geburtstages gab die Deutsche Post im Jahre 2002 eine Sonderbriefmarke heraus Hesse-Museen im Museo Hermann-Hesse Montagnola Schweiz Eingang zum Museo Hermann-Hesse Hesse-Museum Geienhofen Deutschland 69 Mia und Hermann-Hesse-Haus Geienhofen Deutschland 70 Museo Hermann-Hesse Montagnola Schweiz 71 Hermann-Hesse-Museum in Hesses Geburtsstadt Kalf 60 Hermann-Hesse-Kabinett in Tübingen 72 73 Werke Auswahl Schriften in Candy 1912 Robert Agion Teil 1. Teil 2. Teil 3 1913 Der Inseltraum 1917 Der Schlossergeselle 1918 Wanderung übers Gebirg 1919 Eine Sonate 1919 19 Die Nacht 1920 Gedanken zu Dostowskis »Idiot« 1920 Erstausgabe von Demian 1919 Einzelausgaben Romantische Lieder Pearson Dresden 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 1899 74 Eine Stunde hinter Mitternacht Neun Prosa-Studien Diederichs Leipzig 1899 München 2019 ISBN ISBN 978-3-4243-5097 5 Hinterlassene Schriften und Gedichte von Hermann Lauscher Reich Basel 1900 Gedichte Herausgeber und eingeleitet von Karl Busse Grote Berlin 1902 Neuausgabe als Jugendgedichte Grote Halle 1950 Boccaccio Schuster und Löffler Berlin 1904 Franz von Assisi Schuster und Löffler Berlin 1904 Peter Kamenzind Roman Fischer Berlin 1904 Unterm Rat Roman Fischer Berlin 1906 Diesseits Erzählungen Fischer Berlin 1907 Umgearbeitete und ergänzte Neuausgabe EBD 1930 Nachbarn Erzählungen Fischer Berlin 1908 Gertrud Roman Langen München 1910 Neudruck Surkamp Frankfurt am Main 1955 Umwege Erzählungen Fischer Berlin 1912 Ergänzte Neuausgabe als Kleine Welt EBD 1933 Aus Indien Aufzeichnungen von einer indischen Reise Fischer Berlin Berlin 1913 Roshalde Roman Fischer Berlin 1914 Am Weg Erzählungen Reuss und Itter Konstanz 1915 Neuausgabe Illustriert von Louis Moilliet Bücher Bücher Gilde Gutenberg Zürich 1943 Knulp Drei Geschichten aus dem Leben Knulps Erzählung Fischer Berlin 1915 Musik des Einsamen Neue Gedichte Salsa Heilbronn 1915 Schön ist die Jugend Zwei Erzählungen Fischer Berlin 1916 Demian Fischer Berlin 1919 Märchen Fischer Berlin 1919 Klingsors Letzter Sommer Erzählungen Fischer Berlin 1920 Enthält Kinderseele Klein und Wagner und Klingsors Letzter Sommer Wanderung Aufzeichnungen Mit farbigen Bildern vom Verfasser Fischer Berlin 1920 Ausgewählte Gedichte S Fischer Berlin 1921 Siddhartha Eine indische Dichtung Fischer Berlin 1922 Kurgast Aufzeichnungen von einer Badener Kur Fischer Berlin 1925 Bilderbuch Schilderungen Fischer Berlin 1926 Der Steppenwolf Roman Fischer Berlin 1927 Die Nürnberger Reise Fischer Berlin 1927 Betrachtungen Fischer Berlin 1928 1929 Trost der Nacht Neue Gedichte Fischer Berlin 1929 Narziss und Goldmund Erzählung Fischer Berlin 1930 Die Morgenlandfahrt Erzählung Fischer Berlin 1932 Fabulierbuch Erzählungen Erzählungen Fischer Berlin 1935 Stunden im Garten Eine Idylle Beermann Fischer Wien 1936 Gedenkblätter Fischer Berlin 1937 Neue Gedichte Fischer Berlin 1937 Die Gedichte Freds und Wassmut Zürich 1942 Ergänzte Neuausgabe Surkamp Frankfurt am Main 1953 Das Glasperlenspiel Roman Zwei Bände Freds und Wassmut Zürich 1943 Darin Stufen Berthold Ein Romanfragment Freds und Wassmut Zürich 1945 Traumfährte Neue Erzählungen und Märchen Freds und Wassmut Zürich 1945 Traumfährte Erzählungen und Märchen Zweite Auflage Manesse Verlag Zürich 1994 ISBN 3-7175-8152X Spaziergang in Würzburg Herausgeber von Franz Xaver Münzel Privatdruck Judy & Co St. Gallen 1945 Krieg und Frieden Betrachtungen zu Krieg und Politik seit dem Jahr 1914 Freds und Wassmut Zürich 1946 Späte Prosa Surkamp Berlin 1951 Briefe Surkamp Berlin 1951 V. Ninon Hesse Erweiterte Ausgabe EBD 1964 Beschwörungen Späte Prosa Neue Folge Surkamp Berlin 1955 Die Späten Gedichte Insel Frankfurt am Main 1963 Inselbücherei Band 803 Prosa aus dem Nachlass Surkamp Frankfurt am Main 1965 Darin Freunde Der vierte Lebenslauf Josef Knechts Zwei Fassungen Surkamp Frankfurt am Main 1966 Bibliothek Surkamp Band 181 Die Kunst des Müßiggangs Kurze Prosa aus dem Nachlass Surkamp Frankfurt am Main 1973 ISBN 3 518-366-00-9 Die Kunst des Müßiggangs Aus dem Nachlass übernimmt die Kunst Schrauben Das ist ein Das ist ein Vorstellungszimmer in der Mitte die Späten übernimmt den Nachlass